Die Wildkrautbürste aus der Bayer Mietflotte ist die Lösung für die gründliche Entfernung von Gräsern, Moos und Unkraut auf Wegen und bewachsenen Flächen. Wildkrautbewuchs auf Pflaster, Beton und oder Asphaltflächen wird in nur einem einzigen Arbeitsgang effizient entwurzelt und abgelegt. Dafür sorgt ein 2,1 Kilowatt starker Honda Viertaktmotor, der die stählernde 8-Zopfbürste mit einer Arbeitsbreite von 60 cm auf kraftvolle 240 Umdrehungen pro Minute antreibt. Schwingungsdämpfer im Führungsholm sorgen für geringste Vibrationen. Komfortabel und stufenlos lässt sich der höhen- und seitenverstellbare Lenkholm werkzeugfrei auf die erforderliche Körpergröße und ergonomisch vorteilhafte Position des Bedieners einstellen. Weiterer Bedienkomfort schafft die stufenlose Verstellung des Neigungswinkels der Bürste und eine sechsfache Höhenverstellung des Chassis um die optimale Arbeitsposition der Bürste und um die Nachstellung bei Verschleiß zu erzielen. Insgesamt drei Spritzschutzschürzen erhören die Arbeitssicherheit effektiv. Dass Steine oder andere Bodenteile oder Teile der Bürste weiterfliegen können, ist dennoch nicht auszuschließen. Der Einsatz der Wildkautbürste erfordert in jedem Fall das Tragen einer Schutzausrüstung. Der On-Off-Schalter dient auch als Notausschalter in Gefahrensituationen Stellung Null schalten. Zum Starten des Motors wird der On-Off-Schalter in die On-Stellung gebracht. Im Anschluss den Kraftstoffhahn öffnen und den Choke betätigen. Zum Betrieb den Sicherheitshebel niederdrücken und dauerhaft gedrückt halten. Da der Bürstenantrieb nicht abgeschaltet werden kann, empfehlen wir vor dem Anziehen des Startseils den Lenkholm etwas nach unten zu drücken, damit die Bürste frei drehen kann. Die Bürste dreht bei dem Startvorgang sofort mit. Je nach Betriebs- bzw. Außentemperatur ist der Choke aus der Kaltstartstellung wieder zurück in die Betriebsstellung zu bringen. Das nur 86 Kilogramm leichte Arbeitsgerät ist jetzt einsatzbereit und wird je nach zu reinigendem Untergrund mit mäßigem Druck vom Bediener geradeaus geschoben. Bei breitflächigem Wildkrautbewuchs lassen Sie sich mit Schwenkbewegungen am Geräteholm bei sonst gleicher Geräteeinstellung gute Ergebnisse erzielen. Sie wollen mehr über die zuverlässige und gründliche Entfernung von Gräsern, Mosen und Unkraut mit der Wildkrautbüste erfahren oder die Unkrautbüste für Ihr Projekt mieten? Dann nutzen Sie jetzt unsere kostenlose Mieter-Online für eine persönliche Beratung oder unser Kontaktformular. Das Bayer-Team freut sich auf Ihre Nachricht.